Der erste Drehtag eines neuen Films. Herzlich Willkommen! Hallo Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly, I can't tell, Dolly. You're still blowing, you're still growing, you're still going strong. I feel love. Das ist der erste Tag von Rolf Liss in seinem neuen Kinofilm, der die letzte Pointe heisst. Rolf Liss hat Filme gemacht wie Schweizermacher oder Leo Sunnyboy und dann in den letzten Jahren vor allem Dokumentationen. Das wird jetzt ein Kinofilm, produziert von Langfilm. Und Sandja und ich machen so die ganze Social Media Kommunikation. Wir wissen noch nicht genau, wo es hinführt, aber ich bin jetzt mal vor Ort, mache ein bisschen Aufnahmen von den Leuten und Fotos, es wird Interview geben. Alles was dazu gehört, das ist mega cool. Da brauchen wir 4 Leute, also die sitzen da, also tun wir die hin und dann läuft einer, das ist der Kelmer und einer ist der Balz, aber es muss nicht der Balz sein. Einfach irgendjemand. Und dann können wir das so machen. Wir machen das mit Stanley. Ja. Das wissen wir so. Ja. Jetzt hast du sie über schräg gehabt. Ja. Und wenn sie schräg hast, so ein bisschen Französisch, weisst du es ja. Ja. Und wenn sie gerade ist, ist sie über gerade. Okay. Das ist besser. Wenn man einen richtigen Kinofilm macht, besteht sehr viel Zeit aus Warten. Warte auf die Schauspieler, warte auf die Technik, dann kommen die Proben, dann kommen die Masken. Es ist viel Wartezeit für relativ wenig, die man an einem Tag hinbringt. Ich glaube, heute ist die Anspannung noch etwas höher, als der erste Tag ist. Aber es sind alle happy. Bis jetzt läuft es so, wie es sollte. Achtung, wir drehen. Achtung, wir drehen. Achtung, wir drehen. Achtung, wir drehen. Ruhe bitte, wir drehen. In der nächsten Zeit wird es wahrscheinlich immer wieder einen Einblick geben in den neuen Film. Das hier, das ihr jetzt gesehen habt, ist das erste Material überhaupt, das öffentlich ist. Cool!